Elvi Lager! Wir haben eine Challenge vorbereitet. Kurz gegen Zürich mit Bierharasse von Upp. Wer am Schluss den Hocherturn fertig stellen kann. Achtung! Fertig! Los! Ja, hey! Machst du auch noch etwas? Ja, ich schaue jetzt gleich nach, was Lagerbier überhaupt aufs Göttings macht. Und zwar ist das der Hefe-Typ, weil es mit der anderen Hefe gekocht wird. Der Fermentierungsprozess, also eigentlich gärig, funktioniert auf einem kühleren Temperaturlevel als bei anderen. Der Geschmack ist meistens klarer, sauberer und nicht so fruchtig. Die Farbe dementsprechend auch superklar. Und der Alkoholgehalt ist meistens ein wenig weniger. Allein halten drauf da! Zürich? Ja! Ja? Nein, das stimmt. Was sagst du jetzt da dazu? Du bist beschissen. Also, ich kommentiere hier unten, ob ihr für einen richtig dumm seid. Der, der wirklich mit Buskleck gemacht wurde. Oder wie der mal der Cheater. Ja! 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 Ja!